Stark Regen in der Samstagnacht und am Sonntag bis in die späten Abendstunden hinein hat in den niederösterreichischen Bezirken St. Pölten, Melk, Scheibs und Tulln für etwa 410 Feuerwehreinsätze gesorgt. Und am späteren Nachmittag hat die Unwetterkatastrophe auch ein Todesopfer gefordert. Die Feuerwehr von Wallsee wurde alarmiert, dass ein um Hilfe schreiender Mann in der Donau treibt. Mit vier Zillen wurde das Opfer geborgen, Wiederbelebungsversuche im Bereich des Donaukraftwerks blieben erfolglos. Die Situation war im ganzen Land dramatisch. Es habe Wassereintritte in Keller gegeben, Bäche seien binnen Minuten angeschwollen und dann über die Ufer getreten, teilte Franz Resberger vom Landeskommando mit. Die freiwilligen Helfer rückten zu Auspump- und Sicherungsarbeiten aus. Verklausungen in Bächen seien gelöst, Sandsäcke aufgebracht und umgestürzte Bäume beseitigt worden, so Resberger. Dem Sprecher zufolge waren 120 Feuerwehren mit etwa 1700 Mann aufgeboten. Die Einsätze dauerten am Sonntag bis in die Nacht hinein an. Also demonstrieren am Sonntag die Auspump- und Sicherungs wearspumpen lassen. presse Herbst Instagram schreibe